Was ist denn das? Ich brauch mich weg! Ich brauch mich raus! Ich brauch mich nicht weg! Ich brauch mich raus! Was? Ich brauch dich nicht heute! Hey, ich brauch dich nicht! Mach mal, komm her! Hallo! Hallo! Die nächste Generation! Ich glaube, wir sehen nicht richtig. Hallo! Schau mal, die nächste Generation! Die nächste Generation! Schau mal die Arten an! Die sind dicker als der ein oder andere Schwanz! Die beiden noch arbeiten, aber... Was sagt ihr denn zur Form? Besser auf Videos oder hier? Hier! Hier! Ja! 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 Achtung, Achtung, ich hab Platz. Kommt dein zweites Weg. Ich bin langsam warm. Jawoll. Noch mal, noch mal. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's noch rum. Zeig mal, dein T-Zins. Zeig mal, dein T-Zins. Alter, ich bin sicher. Achtung, dein T-Zins. Mach jetzt ein Posi. Ja. Ja. Sympathischer Typ. Mach schon aus dem Kopf. Das gehört schon vor dem Zeiger. Ja, ja, ja. Wir sind klasse. Erst zwei Wochen noch. Was ist für 19? 19, glaube ich. Entschuldigung noch nicht. Für die Jäger-Firma. Danke. Kann ich ein Foto mit euch rein? Es ist rein. Das ist einer von euch. Einer von euch. Dann müsst ihr die Jungs im Fliegerwink auf. Ich würde sagen, Patrick ist draußen. Patrick ist draußen. Dann müssen die Jungs gehen. Das ist mein letztes gefragt. Wer da meinen Zug zuerst fängt. Hier. Meiner. Meiner, ganz klar. Okay, stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Soziales Selfies, soziales Selfies. Nehmen wir ja ein Handy. Komm mal, jetzt machen wir reden. Kann ich ein Foto machen? Ja. Komm. Okay. Okay. Ja, wisstryp. Komm. weakerCollager sind red? Geht oft severity. Nein, du bist gut. Alles gut. Dann bist duβ. Gede僕. Mö�� nach. Ich hab dich um die Foto machen. Nerf mich, als wir Sport geben. Das muss auf Facebook! Boys, was geht? Ich bin ja gerade am abdampfen. Ihr seht hier Spiegel Online. Das Datum heute ist der 2. Januar 2014. Und wir machen neuen Shit. Deswegen müssen wir erst mal updaten den Ralf hier. Der hat den Kollegen am Start. Ihr seht, sieht aus wie ein fetter Scheißhaufen. Da sind die Gains schon am Start. Die Gains kommen, die Gains kommen. Das heißt, wir sind jetzt schon beim dritten Training war das heute.